Wir beschäftigen uns mit dem Thema Graffiti. Wir machen einen 3D-Schriftzug und es geht darum, dass man zum Thema Nachhaltigkeit einen 3D-Schriftzug entwirft und der wird dann aus Styropor ausgeschnitten und wirklich in 3D hergestellt. Und den werden wir dann in der Schule positionieren und aufhängen. Das wäre so das große Thema. Es gibt ganz unterschiedliche Lösungen für das und ein ganz entspannendes Projekt, wie viele. Wir haben ein Architekturprojekt, da arbeiten wir jetzt dran und das Thema ist Leben und Arbeiten unter extremen Bedingungen. Es ist ja vielleicht auch, dass wir uns mit unserer Wohnsituation darauf anpassen müssen, Klimaerwärmung, Wirbelstürme, also es wird immer extremer, das Klima und das Wohnen und Arbeiten und in weiterentfernter Zukunft, wo wir vielleicht einmal im Weltraum, auf dem Mond, auf dem Mars leben und arbeiten werden.